Was geht ab meine lieben Freunde, ihr seht Rapptastisch, heute geht es um eine gute Aktion von King Khalil. Spätestens nach der Trennung von Team Kuku und Capital Bra zeigte der Kuku-Rapper King Khalil, wie viel Potential wirklich in ihm steckt. In kürzester Zeit erreichen seine Klicks auf YouTube die Millionengrenze. Die Streamingzahlen konkurrieren mit denen auf YouTube Auge um Auge und das bringt dem Rapper natürlich sattereinnahmen. Doch Egoismus ist für den Rapper scheinbar ein Fremdwort. So gab der Kuku-Rapper via Instagram eine Mega-Aktion bekannt. So zeigt King Khalil, dass er ein großes Herz hat und die momentane Lage in der Welt nicht an seinen Ohren vorbeigeht. So kündigte er via Instagram an, dass er den kompletten Erlös der Boxenverkäufe spenden wird. Das Ganze soll selbstverständlich mit Beweis ablaufen. Wohin der Erlös gespendet wird, entscheidet der Fan, der eine bestimmte Karte in seiner Box hat. Er selbst schreibt in seinen Instagram-Beitrag, uns liegt dieses Projekt sehr am Herzen, wir sind froh etwas zurückgeben zu können. Wenn ihr diese Aktion unterstützen wollt, dann folgt dem Link in der Videobeschreibung und bestellt euch eine Box. Schreibt uns eure Meinung zu dieser Aktion gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch und ein Abo da. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal bei Rapptastisch.